Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Natürlich habe ich mich wieder verrechnet, es ist die Nacht des Tag 7 und nicht die Nacht auf Tag 7. Okay. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit hier. Bisschen was zu tun. Ich weiß gerade gar nicht was. Äh, Cobblestone. Konkrete. Konkrete. Okay. Ähm. Zement. Mixer. Ach Gott. Engine. Wie kriege ich denn eine Small Engine her aus einem Auto? So wie Scrub Cables auch. Uh. Da müssen wir mit der Wrench run. Und die hat so gut wie keine Haltbarkeit. Das ist echt traurig. Und ich kann sie nicht reparieren. Das ist noch viel trauriger. Oh, malo. Hm. Verdammt. Das ist echt kacke. Ich brauche ein, ähm, heiles Auto. Haben wir irgendwo ein heiles Auto? Wo kann ich am besten hin? Ah, Mann. Ach. Oh, die Straße meint lang, oder? Oh, Moment. Ja, doch. Quick Waypoint. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Es ist noch echt mies dunkel und diesig und alles blöd. Ja, ja. Ich brauche ein heiles Auto zum auseinandernehmen, meine Güte, ähm, für die Wrench. Dann die besten Chancen auf eine Engine oder generell alles, was wir brauchen. Eine fiese Sonne heute. Ähm, ja. Ähm, ja. Ja, 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 ja. Hier ist ein Häuschen. War ich hier schon? Ich glaube nicht. Ich werde mal reinschauen hier. Aha. Okay. Gut, konservate. Okay. Okay. Intriff auf. Ah! Ah! Kerze! Du nicht nehmen Kerze! Und ob ich die Kerze genommen habe? Ach, jetzt hör auf rumzuheulen! Hier! Zieh dich aus, kleine Maus. Mach dich nacken! In diese Richtung. Ist wieder so ein halb so festes Ding. Ich brauch aber ein ganz... Also ein... ein... ähm... Mano... Da hinten ist eins. Ich seh's. Na komm! Oh, mais! Mais! Komm schon! Hier, das Spiel. Mhm. Ist doch nicht ganz... Doch da hinten! Da hinten! Ich hab's gesehen! Okay. Okay. Wünscht mir Glück! Spitzhacke! Oh Gott! Die halten wir seit! Oh! Ja! Oh mein Gott! Wir haben's geschafft! Ich fasset nicht! Ich brauch nur noch... äh... Fünf Springs... Und ein Must-Grab-Cable. Komm schon! Ich glaube an dich! Hm? Komm schon! Federn! Ja! Eine Feder... Oh, das reicht nicht! Das reicht nicht! Fuck! Zwei Federn hab ich nur gekriegt... Ich... Oh mein gleich! Kann man die nicht irgendwie herstellen? Ich glaub fast nicht, hm? Nee! Mist! Mist! Großer, großer Mist! Puh! Ah, schade! Dann müssen wir doch erst... ...ja quasi... ...die Stadt durchforsten... ...nach der blöden Ranch! Oder nach einer weiteren Ranch! Oder nach dem blöden Buch für die Ranch! Brrrr! Gut! Jetzt mal eben kurz nach... ...hause... ...und... ...gucken, dass wir einen neuen Plug uns anschaffen! Wir haben wieder... ...nuch Punkte übrig! Achja, ich hab mir eine Bucke gekriegt! Wie gut bist du eigentlich? Ja! Okay! Yay! Mining Tools! Ja! Sehr gut! Jawoll! Ab! Nach Haus! Was? Ziehen wir was zu looten? Ein bisschen, ja! Okidoki! Das, äh... Ja! 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 Ich bin sehr stolz auf uns! Sehr stolz! So! Ähm... Wasser! Teerpflanze! Das kommt alles! Ich hier rein! Du bleibst hier! Du gehst weg! Zip... 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 Nee! Ähm... Ja! Das darf mit! Play! So wird's gescrabbt! Und Glas! Genau! Glas können wir auch machen! Beziehungsweise einschmelzen lassen wir! So! Als erstes... Scrab! Und... Das kommt hier rein! Und... Das hab ich auch! Keine Kohle! Wir können mal kurz die Kohle von hier hinten... hinterm Haus... Abgrasen! Also ich hab gelesen, es gibt jetzt auch Caves im Next Game, aber... Ich weiß nicht wo und... Noch haben wir keine gesehen! Deswegen wollten wir uns vielleicht mal einen selbst bauen! Sobald wir gute Tools haben! Da! Okay! Also... Das kommt hier hinein! Mal lecker Mais! Da haben wir noch Maiskolben draus! Ähm... Obwohl... Wie, ähm... Sieht bei mir generell aus mit... Hunger und Durst? Hab ich nicht! Äh... Genau! Das ist noch hier! Äh... Okay, das ist alles Essen! Irgendwas hier hin! Zack! Zack! Und... Ja! Ach, das Ei! Und ähm... Ah, ich hab wieder eingeschmolzen! Vergelassen! Achso! Kohle! Schwuch! Ähm... Ich... Genau! Wir können jetzt sicherlich... Ein Grillgitter machen! Aus dem Eisen, was wir haben! Und dann können wir... Ah ne! Jetzt hab ich das Fleisch natürlich schon benutzt! Schade! Aber ja! Das können wir trotzdem tun! Das Grillrost! Mh... Wie heißt denn das? Ähm... Oh! Kann man so gar nicht machen! Okay! Bestimmt in der Werkbank dann! Hm! Okay! Mh... Led ist drin! Glas ist drin! Das kommt da rein! Das... Nee! Brauchen wir nicht so viel! Das lassen wir mal raus! Und... Wie geht's uns so? So! Soweit ganz okay! Jawoll! Ähm... Weg! Hier hin! Ah! Ach! Jedes Mal! Er schreckt's mich halt zu Tode! Okay! Soweit! So gute! Mhm! Dieses Wetter macht mich irre! Also ehrlich! Nur noch am Blastern! Ähm... Was ist denn eigentlich hier? Hatte ich nicht eigentlich meine Spitzhacke gehabt? Hab ich die nicht irgendwie abgelegen oder so? Spitzhacke? Nee, ich glaub die hab ich nicht gebaut, oder? Hab ich die gebaut? Ich... Weiß es nicht! Ich... Ich glaube nicht! Ich... Qualitätssinn... Äh... 244... Das ist gar nicht so schlecht! Schnee schon wieder! Ach! Oh, ich will ich! Jaaa... Dann tun wir das mal! Rip... Rip... Mess! Ah! Hopp! Und... Ähm... Repair! Jawoll! Okay... Ähm... Okidoki! Konnt ich nicht... So ein Eisenhut bauen? Eisenhelmen? Könnten wir mal... Ähm... Äh... Vielleicht... Na... 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 Ich weiß nicht... Aber es lohnt sich nicht! Hartmetall... Hier... Ja... Okay... Dieses Wetter... Es wird auch heute überhaupt nicht hell, ne? Es ist... äh... Ganz furchtbar! Ganz furchtbar! Wir bleiben heute zu Hause! Ab ins Eckchen! So! Ähm... Skills! Skills, Skills, Skills! Skills! Wir... ähm... Wollen... Skills! Okay, also... Wir... haben... Wie... Und überhaupt! Will ich die Workbench? Brauch ich die Workbench? Stealsmithing wär gleich mal... Wär bald mal geil! Aber das brauchen wir noch 15 Punkte! Ähm... Okay... Wir könnten... Nochmal auf Survivor gehen! Das bräuchte aber Level 10 insgesamt! Wir sind Level... 7! Mh... Run for us! Puh... Ach komm! So doof! So! Ähm... Es geht! Wir könnten auch... Äh... Athletex 20, ne? Mh... The Fixer! Oh Gott! Das ist... Das ist nah! Oh mein Gott! Hinterher! Ist noch früh! Wir können es schaffen! Das Ding ist sehr nah! Das ist geil! Ja! Looten und leveln, Freunde! Looten und leveln! Ist da was? Bevor wir das Ding looten, werden wir noch skilltechnisch... Den... Quality Joe nehmen! Bam! Ganz einfach! Schnauze! Ehm... Direkt um die Ecke? So gefallen mir die Airdrops! Ja, da mehr Dissen! Puh! Was haben wir gekriegt? Rocket Launcher Receiver... Spike Club... Was ist gemerkt? Ähm... Baker? Zwei Baker sogar! Okay! Naja, gut! War jetzt nicht so... Wow! Aber auch nicht so... Mäh! Ja, ja... Airdrops sind was Feines! Yeah! Large, large! Damit ist die... Ja! Wahl des... Perks... Nun geschehen! Ja! Ja! Scavenger dann beziehen sie aber jetzt auch! Wunderbar auch cool, ne? Nicht, wenn mein Ofen nicht ausgemacht war! Schwubelibubelie! Yeee! Ein Ding cool, das wird auch mal besser! Ja! Ja, brauchen wir schon noch drei Schläge für so'n Ding! Super! So! Aus! Hopp! Gut, ähm... Jetzt haben wir... Zwei vollwertige... äh... Feuer-Camps-Dinger! Können wir auch mal hier reinbauen, rein theoretisch! Ja! Kommen wir zum Frame! Ähm... Habe ich eins... Sieben... Acht... Neunzehn... Äh... Und hier nochmal zwei von... Und Koppels! Koppel-Koppel! Koppel-Koppel! Bisschen hab ich noch! Schön-Schön! Ja! 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 Ich könnte hier auch einen höher setzen! Ja! Könnt ihr auch tun! Braucht ein bisschen mehr Koppel-Camps! Ja! Alles gut! Zwei Platz! Für zwei... Dinger! Deswegen... Zweimal frei! So! Ähm... Das Ding! Mhm! Hm... 14.30! Okay! So viel Cobblestone! Äh... Mehr... Cobbl... Stone? Bitte? Mhm... 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 Du... 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 No... Tishe... Was nehme ich denn für Tishe? Ähm... Hm... Nein! Ein... Frame... Und eine Schräge... So... Ja! Schon wieder zu Ende hier? Tatsache! Schoffle, schoffle! Schnauze, Schnauze! Wo war denn... Dahinten irgendwo... Mein... Playlader? Dieses Wetter... Ist zum Kotzen! Ähm... Mhh... Da... Schnauze! Der Schaukel auch unter Mining Tool? Mining Tools, das hat Sachen. Geil. Wunderbar. So. Muss reichen. Da ist schon wieder Schnee. Und Level Up sind wir auch. Und da noch ein Level Up. Meine Güte, hier kommen die Level Ups aber nur so reingeflogen. Mhm. So. Wo sind die Schurregen? Zack. Haben. 16 Uhr. Gut. Was? Mhm. Nach Nachtzieben können wir dann zurück in die Stadt und dort hoffentlich unsere Ranch rausholen. Das wäre echt super so. Ich brauche zwei Tische. Ähm. Table Scrap Iron, Table Wood, äh, Red Wood, Table Iron, Table 7 Stück. Ach, scheiß drauf hier. Mr. Rich Bitch. Äh, ja. Und dann kann ich euch auch schon mal leer machen. Und abbauen. Mhm. Und neue Campfire Spawn. Zwei Stück. Äh, es ging nur eins? Was? Ein Stein her? Ähm, da. Alles weiß. Alles weiß. Hahaha. Halt. So noch. Och Gott. Dieses Wetter kann sich auch nicht entscheiden. Es ist totales Aprilwetter hier. Im Spiel sogar. Krass. Okay. Tisch wird fertig. Nein, aber einer schon mal. So. Sehr schön. Ja. Einmal. Zweimal. Kann man unten drunter packen? Ehrlich? Nee, kann man nicht schaffen. Das wäre cool gewesen. So. Einmal hier. Einmal da. Einmal hier. Und einmal da. Okay. Prima. Cool. Naja, ist hier drin. Okidoki. Okidoki. Für uns sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also, naja. Nicht so nah, nicht hübsch. Aber besser als nix. Nicht. Amunett. Oh Mann. Hm. Okidoki. Ich denke, ich werde noch ein bisschen Ressourcen sammeln, bis es gleich losgeht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es in der Nacht um die Wurst geht. Um meine Wurst, wenn ich eine hätte. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.